hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von die sims 4 in der dia de los muertos challenge so jetzt wollen wir doch mal schauen er ist hungrig aber jetzt darf er erstmal das gerät hier reparieren um da war gerade was mit geburtstag tommy lee wird er auch schon so alt zwölf stunden bis zum unterricht da müssen wir ja fast schon feiern jetzt meine liebe sophie bitte einmal gesellschaftliches ereignis planen wobei der ist müde das lassen wir gerade noch mal dann darf er nämlich aber urlaub nehmen kann er urlaub nehmen kann er jawohl die können wir gerade alle machen wir das nämlich so dann darf er urlaub nehmen und dann feiern wir das anschließend er darf dann auch mal einen tag urlaub nehmen so meine lieben dürft ihr alle machen was das örtliche tierheim hat alex eingeladen seine spenden aktion zu moderieren aber hat vergessen sich vorzubereiten soll er im internet nach tierwitzen suchen oder improvisieren und das beste hoffen improvisiere mal diese truppe ist ein bisschen zu geschickt darin die wahrheit zu erkennen als augen zusammengekniffen werden beginnt alex zu stottern und vergisst die paar ideen die er unterwegs noch hatte er kürzt die einführung ab und fährt mit den geboten fort hoffentlich merken seine auftraggeber nichts leistungsverschlechterung klein sie sollte urlaub nehmen genau dann können die nämlich zusammen feiern die kiddies das auch er größer wird du hast noch 13 stunden bis zur arbeit du noch 20 du brauchst keinen urlaub bricht bricht pennt kann er gerade mal mit aufhören soll das nämlich erstmal reparieren hat er noch drei tage bis zur arbeit und muss noch wieder ein buch schreiben okay ach genau und du meine liebe sophie rück sofort die geige wieder raus sie hat auch noch das hausaufgabenbuch das kann weg die ist nämlich sowas von erwachsen tatortfotos sie braucht sie nicht mehr kann sie aber auch nicht verkaufen okay sie war mal polizistin sie hat dann umgeschult auf entertainerin weil ihr mann da alex ist kleptomane und ja mein lieber brick du darfst das da wegwerfen wo gehst du hin und wenn du das weggeworfen hast dann darfst du was essen noch ein stückchen torte so sophie darf gleich schon mal eine neue torte backen dass die auch nachher alles schön feiern können annika muss noch und nicht annika annika war ihre mutter das werfe ich irgendwie immer wieder durcheinander so sophie hat auch schon weinschmecker kochen hat sie nur eins normales kochen ist sie aber auf sieben da alex hat bei der arbeit etwas mitgehen lassen ein buch okay deswegen war die idee also deswegen ist sie habe ich ja hat sie den beruf dann gewechselt weil kleptomane und und ähm polizist zusammen das passt nicht so jetzt darf die liebe sophie das gesellschaftliche ereignis planen und anschließend kann sie eigentlich mal ihr gemälde verkaufen ähm geburtstagsparty genau so der tommy wird älter wer ist da alex ach so ja alex ist ja ihr mann ich hole nuss ähm oh den können wir auch mal einladen dann können wir nämlich direkt fragen ob er und den auch noch so das ganze feiern wir natürlich wieder daheim so hoppla falsche richtung ach so ich war gerade überlegen wer er denn da ist aber klar das ist der brick habe ihn nicht erkannt mit dem hut er sehen ja wenn ich das richtig weiß genau ja er wird auch nicht jünger so du darfst mal aufstehen du ebenfalls und du ebenfalls ihr seid alle auf eine party eingeladen du auch du kannst dann auch gleich mal ein gourmet menü zubereiten lachs in kräuterkruste partygröße so dann können sie nämlich feiern däck däck oh der herr opa ist auch da nicht kochen du sollst ein gourmet menü zubereiten was hindert dich meine liebe lachs in kräuterkruste warum will sie nicht kann sie nicht märchen nächster versuch sie will einfach nicht warum geht das nicht Kannst du was Normales kochen? Zum Beispiel Tortilla mit Soße. Das geht. Okay. Verstehe ich jetzt nicht, aber das macht auch nichts. So. Das Hauptziel, das muss er natürlich erreichen. Er darf mal Kerzen auspusten. Eine Stunde Musikinstrument spielen. Dann darfst du mal ein Konzert geben, meine Lieber. Ob jemand zuhört, ist da nochmal was anderes, aber das ist egal. Klavier spielen kannst du. Nach Zuckerschädel fragen. Cool. So. Tommy ist älter geworden. Ähm. Was machen wir denn? Erfolgreiche Abstammung. Meister des Unfugs. Oder machen wir aus ihm einen Serienromantiker. Er könnte eigentlich ein musikalisches Genie oder ein herausragender Maler wäre natürlich auch noch was. Computerfreak. Computerfreak. Ich mach mal einen Computerfreak aus ihm. Und dann... Und dann... Hm. Foul. Musikliebhaus. Snob. Nö. Geek. Geek passt. Ah. Ah. So. Das machen wir gleich mal dahin. Luna. Bobs in a hoona. Wann a fob. He 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 he. Ah. Wir haben den Zuckerschädel gekriegt. Das ist sehr schön. Dann können wir ihn nämlich gleich mal hier reinräumen. Wir hatten doch noch einen eingeladen, oder? Das ist der Alex. 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 Und er ist der Alex. Das ist der Alex. Ihn hier genau. Auch mal nach Zuckerschädel fragen. Warum soll ich den Dia... Okay. Machen wir mal kennenlernen. Kompliment machen. Oh, die müssen noch Kuchen essen. Ein Stück nehmen. Du darfst auch noch ein Stück nehmen. Anne-Murie darf auch ein Stück nehmen. Brick darf sich auch ein Stück nehmen. Und du natürlich auch. So, er darf noch mit ihm über Interessen reden. Lustige Geschichte erzählen. So, sie darf ihm ein Kompliment machen. Der dreht ihm einfach den Rücken zu. Ah, wir haben den letzten Zuckerschädel. Unsere Sammlung ist vollständig. Cool. Äh, den da. So. Das ist doch schon mal sehr schön. Wir haben alle Zuckerschädel. Hoppla. Hoppla. Und so ist ins Spiel rausgerutscht. Oh, Schäfstum. Oh, da ist wieder die... Dänen. Er darf ihn mal reparieren. Monikaba. Du darfst hier gerade mal aufwischen, meine Liebe. Ich kann doch bestimmt auch ein Kompliment machen, oder? Oh, sie muss auf den Topf. Okay. Ist genehmigt. Brick, bitte einmal wegwerfen. Und du darfst hier mal aufräumen, meine Süße. Ach, da ist unser... Der Opa, glaube ich, drin. Treibis, genau. Ne, Treibis. Und du darfst hier nicht sauber gemacht. Dann mach du das bitte, Jana. Ach so, sie ist am Abwaschen. Entschuldigung. So, du darfst mal ein... Ach so, du musst noch weiterschreiben. So, und du darfst noch mal ein bisschen trainieren. Das hält fit. Du brauchst Spaß. So. Dann haben wir... Die Geburtstagsparty auch durch. Den Kuchen stellen wir mal da rein. So. Das Buch. Hoppla. Legen wir mal da hin. Ähm. Oh, die muss... Muss ganz dringend. Oh. Anschließend kannst du gleich mal duschen. Und dann... Anschließend kannst du gleich mal duschen. Platziere alle neun, um die Interaktion freizuschalten. Sind doch alle neun drin, oder? Nein, das sind nicht verschiedene. Okay. Das ist der Michael. Graham. Art. Kevin. Jeff. Howard. Kevin. Rückst du den wohl wieder raus? Wobei der Michael, der ist ja schon drin. Okay. Den darfst du auch mal ins Inventar nehmen. Und Art hat man auch schon, ne? Okay. Gut. Neun verschiedene brauchen wir. Damit ist die Challenge noch nicht gelöst. Was eigentlich schade ist. Aber gut. So. Du darfst noch ein Bildchen malen. Bringt nämlich ordentlich Geld. Sie geht da duschen. Und dann gehst du am besten mal hier auf den Topf. Spülen und dann verwenden. Hier müssten wir eigentlich noch einen Computer kaufen. Ähm. Was wir jetzt gerade noch machen können, ist mal das ganz Kindliche hier verkaufen. Ähm. 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 So, das verkaufen wir auch mal. Du kriegst ein neues. Das machen wir nämlich in dieser Folge jetzt noch. Ja, dann müssen wir weiter darüber und dann das da. Das können wir eigentlich auch verkaufen. Noch so eins. Und umtapezieren. Äh, dann schauen wir mal. Tapeten. Der Klassiker. Nicht wirklich spektakulär. Nicht überzeugend. Spinnennetze auch nicht wirklich. Fliese, Paneele. Paneele wäre noch eine Idee. Machen wir das mal so. Den Korbboden können wir eigentlich lassen. Aber was er natürlich braucht, ist ein PC. Wo ist er denn da? Ist ja nicht so, dass wir kein Geld hätten. 10.000 Dollar PC. Aber er ist Computer Nerd. Also von daher. Passt das schon. Schachspiele gibt es schon eins. Chemielabor. Also Sachen könnte man natürlich auch. Das sehe ich auch noch mal bei. Eine Kürbisschnitzbank. Cool. Ja, ich habe das Halloween-Pack mir geholt. Fotostudio. Aber da bräuchten wir dann entsprechend. Und Boxer kann er den vom. Aber so ein Trainingsgerät könnten wir eigentlich noch hier in die. Kriegen wir den da noch hin? Ne. Kein Platz im Flur. Dann kommen. Machen wir da jetzt noch erstmal keinen Sinn. Was können wir denn bildtechnisch hinmachen? Der fesche Lord Lycan. Kenn ich nicht. Lord mit Lady. Er brauche eher so die ein bisschen Nerdmäßigen. Äh. Schilder. Oder Bilder. Dream Appeal. Bun Brötchen. Oh, das ist groß. Hoppala. Ich kann mal gucken. Da kann man es hin machen. Genau. Er braucht noch eine Lampe. Sehe ich gerade mal so. Kriegt er so einen kleinen Geist? Das finde ich niedlich. Ähm. Pflanzlaterne. Was könnten wir denn? Subtile Untertasse. Hm. Nicht so wirklich. Ah, die sieht nicht schlecht aus. Machen wir die noch. So. Das darfst du hier beanspruchen. So. Und dann kannst du dich dann hier auch gleich drin schlafen legen. So. In diesem Sinne sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Wenn wir hier unsere Challenge beenden, hoffe ich. Hier sieht man es jetzt natürlich auch. Da hätte ich gleich drauf gucken können. Sechs von neun habe ich. Das Verschiedene. Das war das Problem. Ja. Also in diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.